Seit geraumer Zeit, seit dem Aufkommen der Geschichts- und Geisteswissenschaften als gesicherte Disziplinen, ist es uns selbstverständlich geworden, Natur und Geschichte sowie die zu ihnen gehörenden Wissenschaften mitsamt ihrer Methodik einander gegenüberzustellen und entgegenzusetzen. Dieser Gegensatz, wiewohl er in akademischen Diskussionen natürlich immer noch eine Rolle spielt, ist heute eigentlich eine Sache der Vergangenheit. Die Entwicklung der modernen Naturwissenschaften hat die zwei wesentlichen Voraussetzungen für die Abgrenzung und Entgegensetzung von Natur und Geschichte, wie sie uns aus dem 19. Jahrhundert geläufig ist, erschüttert, ja eigentlich widerlegt. Es hat sich einmal herausgestellt, dass Resultate auch der Naturwissenschaften unweigerlich an den sogenannten subjektiven Faktor gebunden bleiben. Und es hat sich weiterhin erwiesen, dass die Gesetzmäßigkeit natürlicher Abläufe genauso wenig eindeutig und die Naturgesetze genauso wenig allgemein, das heißt universal, gültig sind, wie die historischen Prozesse oder die sogenannten Gesetze der Geschichte. Das wichtigste neue Resultat der Atomphysik ist nach Heisenberg die Erkenntnis, dass man ganz verschiedene Typen von Naturgesetzen auf ein und denselben physikalischen Vorgang anwenden kann, ohne in Widersprüche zu geraten. Und er führt dies darauf zurück, dass, ich zitiere, ein Gesetzessystem, das auf einer bestimmten fundamentalen Vorstellung basiert ist, nur eine bestimmte dieser adäquaten Art von Fragestellung zulässt und dass demzufolge ein solches System prinzipiell von anderen geschieden ist, in denen aufgrund anderer fundamentaler Grundvorstellungen andere Fragestellungen sinnvoll sind. Wir werden gleich auf diese Fragen noch zurückkommen. Vorerst genügt es festzuhalten, dass die einfache Einsicht, dass ein Resultat auch der Wissenschaften immer nur die Antwort auf eine Frage sein kann, dass es Resultate, die unabhängig von Fragen und Fragestellern sind, nicht gibt, dass also Gegenstand der Forschung nicht mehr die Natur an sich, sondern die der menschlichen Fragestellung ausgesetzte Natur ist, wie Heisenberg sagt. Und dass daher die Naturwissenschaften genauso um den forschenden Menschen zentriert sind, wie die Geisteswissenschaften, dass diese einfache und elementare Einsicht dem alten Streit um die Objektivität der Naturwissenschaften und die Subjektivität der Geschichtswissenschaften einiges an Schärfe und viel an Bedeutung genommen hat. Jedenfalls scheint unbestreitbar, dass das Aufgeben des Anspruchs auf Allgemeingültigkeit beziehungsweise die Entdeckung, dass die Gültigkeit von Naturgesetzen weder universal noch unbedingt ist, die Naturwissenschaften in eine Problematik geführt hat, wie sie uns aus den Geschichtswissenschaften nur allzu vertraut ist. In dem Bereich der Natur wie der Geschichte sind wir heute mit dem gleichen Phänomen konfrontiert. Sobald der menschliche Geist in sich stimmige Gesetzessysteme entwirft, ist es, als hätten die Tatsachen gar nichts Eiligeres zu tun, als sich ihnen zu fügen, das heißt sie zu beweisen. Wobei, wie wir sehen werden, es entscheidend ist, dass sowohl im geschichtlich-politischen wie im physikalisch-technischen Bereich diese Erweisbarkeit keineswegs eine theoretische Angelegenheit ist. Das Bestürzende ist vielmehr, dass den ganz verschiedenen Typen von Naturgesetzen ganz verschiedene Techniken zur Herstellung der Welt und dass den ganz verschiedenen Typen von Geschichtsgesetzen ganz verschiedene mögliche Typen politischen Handelns entsprechen, die sich alle in der Wirklichkeit bewähren. Dies ist nur einer unter vielen möglichen Ausgangspunkten, die geeignet sind, uns die übliche Entgegenstellung von Natur und Geschichte fraglich zu machen. Wir wählten es, weil der uns geläufige Gegensatz von Natur und Geschichte historisch sehr weitgehend von dem Gelehrtenstreit zwischen den Naturwissenschaftlern und den Historikern beeinflusst worden ist, wobei, wie es bei Gelehrtenstreitigkeiten nun einmal so zu gehen pflegt, die Alltagssorgen um die wissenschaftliche Methodik aller anderen Erwägungen und Besinnungen verdrängten. Ersten der allgemeinen Wissenschaftskrise der Jetztzeit, die gleich der Wissenschaftskrise am Beginn der Neuzeit ein Ergebnis konkreter Forschungsresultate auf dem Gebiet der Naturwissenschaften ist, hat sich erwiesen, dass der Unterschied der Methoden nur ein Vordergrundsphänomen ist, dass die primäre Verwandtschaft des neuzeitlichen Natur mit dem neuzeitlichen Geschichtsbegriff verdeckt hat. In dieser Situation mag es möglich und angebracht sein, die alte Frage nach dem Verhältnis von Natur und Geschichte neu aufzuwerfen. Die folgenden Überlegungen gelten dem antiken und dem neuzeitlichen Geschichtsbegriff und versuchen zu zeigen, in welchem Ausmaß Natur und Geschichtsbegriff jeweils einer einheitlichen Erfahrung entspringen, voneinander abhängig sind und nur im engsten Zusammenhang miteinander überhaupt zu verstehen sind. Wir wollen mit Herodot beginnen, weil er wirklich, wie man oft gesagt hat, der Vater der abendländischen Geschichtsschreibung ist. Herodot nun legt im ersten Absatz der Perserkriege den Sinn seines Unternehmens dar. Es handele sich darum, das zu bewahren, was den Menschen und nicht der Natur sein Dasein verdankt, damit es nicht von der Zeit ausgelöscht werde und durch Preis und Lob den wunderbar großen Taten der Griechen und der Barbaren zu jenem Ruhm zu verhelfen, der sie im Andenken der Menschen unsterblich macht und ihren Glanz durch die Jahrhunderte strahlen lässt. Dies ist leicht und doch auch wieder schwer zu verstehen. Es handelt sich offenbar um irdische Unvergänglichkeit und die Sorge um sie, die für Herodot eine Selbstverständlichkeit war, ist es für uns nicht mehr. Das aber, was ich für ihn von selbst verstand, erwähnt Herodot natürlich nicht. Seine Auffassung von der Aufgabe der Geschichte, die Taten der Menschen vor der Vergänglichkeit zu bewahren, wurzelte in der Naturerfahrung der Griechen, der zufolge alles unvergänglich ist, was aus sich selbst ersteht, ohne Hilfe von Menschen oder Göttern. Zu diesen unvergänglichen Dingen der Natur gehören alle Lebewesen und auch der Mensch, sofern er Exemplar der Menschengattung ist. Der immer wiederkehrende Kreislauf des Lebens sichert den Lebewesen, die geboren werden und sterben, die gleiche Unvergänglichkeit, welche die Dinge der Natur besitzen, die unveränderlich immer gegenwärtig sind. Für lebende Wesen, sagt Aristoteles, ist das Leben das Sein. Und dem Immersein entspricht darum ein Immerwerden. Alles Natürliche ist unvergänglich und allgegenwärtig. Es läuft nicht, Gefahr übersehen oder vergessen zu werden und es bedarf für seinen Fortbestand weder des Menschen noch des menschlichen Gedächtnisses. Zweifellos ist dieser Begriff des Lebens als eine ewige Wiederkehr, wie Nietzsche gemeint hat, die extreme Annäherung einer Welt des Werdens an die des Seins. Dass aber diese Unvergänglichkeit den einzelnen Menschen keineswegs unsterblich oder unvergänglich macht, hat schon Aristoteles ausdrücklich betont. Die Sache verhält sich vielmehr gerade umgekehrt. Nie wieder, könnte man vielleicht sagen, ist die Sterblichkeit der Menschen, die ja die Griechen auch einfach die Sterblichen nannten, mit einer solchen Entschiedenheit als das wesentlichste Charakteristikum menschlicher Existenz empfunden worden. Es war die Sterblichkeit, die in einem Kosmos, in dem alles sonst unvergänglich war, menschliche Existenz ihr Gepräge gab. Menschen sind die einzig sterblichen Wesen, die es gibt, denn die Götter sind unsterblich, und die Tiere, da sie nur als Angehörige ihr Gattung, aber nicht als Individuum existieren, sind unvergänglich. Die Sterblichkeit des Menschen liegt darin beschlossen, dass ihm aus dem Kreislauf des biologischen Lebens ein anderes Leben, ein Beos, mit einer Biografie erwächst, der als eine Lebensgeschichte von Geburt bis Tod erkennbar und erzählbar ist. Dies individuelle Leben unterscheidet sich von Bewegungsverläufen in der Natur durch das eindeutig Lineare, das den Kreislauf des natürlich-biologischen Lebens gleichsam durchschneidet. Sterblich sein heißt, in einem Kosmos, in welchem alles, wenn es überhaupt sich bewegt, in eine kreisende Ordnung zurückschwingt, in gerader Linie von einem Anfang her einem Ende zu streben. Das sterbliche Leben der Menschen greift in die Natur ein, tut ihr Gewalt, stört auf jeden Fall eine Ordnung, die ohne sie in sich selbst ruhen oder schwingen würde in dem ewigen Kreisen des Immerseins. Modernen Menschen, die in dem neuzeitlichen Geschichtsbegriff erzogen worden sind, muss es schwerfallen zu verstehen, dass für die Griechen die großen, von Menschen stammenden Taten und Werke, welche der eigentliche Gegenstand der Geschichtsschreibung sind, weder die Teile eines umfassenderen Ganzen noch eines Gesamtablaufs bilden. Antike Geschichtsschreibung legt den Nachdruck immer auf einzelne Ereignisse, Taten, Worte oder Gässen. Diese unterbrechen die kreisförmige Wiederkehr des täglichen Lebens im gleichen Sinne wie der Gradlinie Böos, die erzählbare Lebensgeschichte des Menschen, die kreisförmige ewige Wiederkehr des biologischen Lebens unterbricht. Der Stoff der Geschichte besteht aus diesen Unterbrechungen. Mit anderen Worten, Geschichte entsteht überhaupt nur durch das Außerordentliche. Natur und Geschichte bei den Griechen können in der Tat auf einen Nenner gebracht werden und dieser gemeinsame Nenner heißt Unsterblichkeit. Unsterblich ist eigentlich nur die Natur, die mühelos und ohne irgendeine Hilfe von Menschen oder Göttern zu bedürfen unvergänglich dauert. Weil die Sterblichen in ein Naturgefüge hineingeboren sind, das von sich aus unsterblich ist, müssen auch sie mit großer Mühe und Anstrengung danach trachten und Sterblichkeit zu erlangen. Nur so können sie den Dingen Genüge tun, die sie umgeben und in deren Gemeinschaft sie für eine kurze Zeit verweilen dürfen. Geschichte und Natur stehen so in einer Beziehung zueinander, die jeden Gegensatz ausschließt. Die Geschichte nimmt in ihr Gedenken diejenigen Sterblichen auf, die durch Tat und Wort sich der Natur als würdig erzeigt haben. Und der unsterbliche Ruhm bezeugt ihnen, dass es ihnen ihrer eigenen Vergänglichkeit zum Trotz verstattet sein soll in der Gemeinschaft der Dinge zu bleiben, die unvergänglich dauern. Der moderne Geschichtsbegriff ist der moderne Naturbegriff genauso eng und unlöslich verbunden wie Natur und Geschichte im Altertum. Beide entstanden am Anfang der Neuzeit im 16. und 17. Jahrhundert und die ihnen zugehörigen Wissenschaften verdanken ihre außerordentliche Entwicklung und ihr Begriffssystem den großen naturwissenschaftlichen genauer astronomischen Entdeckungen, welche die gesamte Neuzeit einleitet. Es ist vielleicht keine Übertreibung zu sagen, dass die Neuzeit in dem Augenblick anfing, als Galileo mithilfe des Teleskop seinen Blick in das Universum richtete und dabei entdeckte, dass entgegen aller sinnlichen Erfahrung des irdischen Alltags die Sonne sich nicht um die Erde, sondern die Erde um die Sonne tritt. Diese Entdeckung implizierte zweierlei. Einmal, dass des Menschen irdische Sinne offenbar keine universelle Gültigkeit haben, dass die Sinneswahrnehmung keineswegs ohne weiteres geeignet ist, das Modell von Wahrheitserkenntnis überhaupt abzugeben, sondern im Gegenteil eine ständige Quelle von Irrtum und Täuschung ist. Sie implizierte andererseits, dass der Mensch, wie wohl er nur unter den Bedingungen der Erde leben kann, wie alle anderen Lebewesen, es vermag, auf diese Erde gleichsam mit den Augen des Universums zu schauen, dass der archimedische Punkt außerhalb der Erde, von dem aus man die Erde aus den Angeln heben könnte, kein leerer Traum gewesen war. Es ist diese Änderung des Standpunkts, die uns schließlich dazu befähigt hat, die Kräfte des Universums selber auf die Erde und in die irdische Natur zu leiten, wobei es noch keineswegs ausgemacht ist, ob dies ein Heil oder ein Unheil sein wird, obwohl eine der Konsequenzen hieraus ist, dass wir nun die natürlich gegebene Welt ebenso wieder zerstören können, wie wir seit eh und je fähig waren, das zu zerstören, was wir selbst oder solche, die unseres gleichen sind, gemacht haben. Beherrschend für die gesamte Neuzeit bis auf unsere eigene Zeit wurde aber vorerst die erste unmittelbare Erfahrung von der Unzulänglichkeit der menschlichen Sinne. Das Ausmaß dieser Enttäuschung können wir nur mit Schwierigkeit ermessen, weil es Jahrhunderte dauerte, bevor ihre Tragweite sich überall und nicht nur in dem kleinen Kreis der gelehrten Welt fühlbar machte. Hinzu kam, dass dies neue prinzipielle Misstrauen gegen die Sinne erst einmal den ungeheuren Aufstieg der Naturwissenschaften ermöglichte, weil die Unzuverlässigkeit der Sinneswahrnehmung und die daraus sich ergebende Unzulänglichkeit aller bloßen Beobachtung zwang, durch das Experiment handelnd in die Natur und in Naturprozesse einzubegreifen. Erst in unserer Zeit ist dies Misstrauen gegen die Sinne, dass solange der eigentliche Stolz aller kritisch wissenschaftlichen Methodik war, zu einer Quelle des Unbehagens geworden. Es hat sich nämlich in den Worten Erwin Schrödingers herausgestellt, dass die Natur sich so anders verhält, als was wir in sichtbaren und tastbaren Körpern in unserer Umgebung beobachten, dass kein Modell, das im Sinne unserer weitläufigen Erfahrung gestaltet ist, jemals wahr sein könnte. An diesem Punkt rächt sich offenbar die moderne Auflösung der Beziehungen zwischen Sinnes, Wahrnehmung und Denken, denn ein Modell, das sinnliche Erfahrung ganz und gar außer Acht ließe und daher der Natur wie sie im Experiment sich zeigt genau entspräche, ist wieder nach Schrödinger nicht nur praktisch nicht herstellbar, es ist nicht einmal denkbar. Die Schwierigkeit mit anderen Worten besteht nicht darin, dass das Universum der modernen Physik seinen Anschauungscharakter verloren hat, dies versteht sich eigentlich von selbst, da es ja aus der Voraussetzung erwachsen ist, dass die Natur sich den menschlichen Sinnen nicht offenbart. Das Bestürzende ist vielmehr, dass sich schließlich herausstellt, dass Natur vom Standpunkt des Universums ausgesehen sich als unbegreifbar, als undenkbar im Sinne eines von den Sinnen sinnenunabhängigen Verstandes darstellt. Die Entstehung des modernen Geschichtsbegriffs ist späteren Datums und bereits eine indirekte Folge der Erschütterung, die von den neuen Entdeckungen der großen Naturwissenschaftler ausgegangen war. Dieser Entstehung geht das erste Stadium der Entwicklung der modernen Philosophie voraus, die Nietzsche einmal mit unvergleichlicher Treffsicherheit eine Schule des Misstrauens genannt hat. Entscheidend in unserem Zusammenhang ist der aller Philosophie des 17. Jahrhunderts gemeinsame Zweifel an der Realität der Außenwelt und die Verschiebung der Wirklichkeitserfahrung von einer den Sinnen gegebenen wirklichen Welt zu dem bloßen Wahrnehmen von Objekten, so dass nun nicht mehr der außerhalb des Wahrnehmungsaktes existierende Baum, sondern nur der gesehene Baum als unbestreitbarer Inhalt eines Sehaktes in seiner Realität als gesichert erschien. Die kürzeste und großartigste Formulierung dieser Weltentfremdung kennen kennen sie alle Es ist das Descartesche De Omnibus Dubitandum ist. An allem muss gezweifelt werden. Descartes zog mit dieser Formel gleichsam das Fazit der gerade gemachten Entdeckung, insofern in der Tat sowohl die Vorstellung von eingeborenen Wahrheiten wie das Vertrauen auf ein inneres Licht der Vernunft hinfällig werden, ist erst einmal das selbstverständliche Zutrauen in die Adäquatheit unserer fünf Sinne für die Erfassung der Welt erschüttert. Die Erschütterung dieses Zutrauens musste den Glauben an Gott gleichermaßen erschüttern wie das Vertrauen in die Vernunft, weil das Erfassen sowohl göttlicher wie menschlicher Wahrheit immer stillschweigend im Bilde der sinnlichen Offenbarung der Welt verstanden worden war. Ich öffne die Augen und erblicke das Licht. Ich lausche und höre den Ton. Ich bewege meinen Körper und berühre die Konsistenz der Welt. Bezweifelt man die grundsätzliche Wahrhaftigkeit und Zuverlässigkeit dieses Bezugs, der natürlich Irrtüme und Illusionen nicht ausschließt, sondern im Gegenteil noch die Voraussetzung ihrer Korrigierbarkeit ist, dann verlieren alle traditionellen Metaphern für das menschliche Erfassen übersinnlicher Wahrheiten ihren Sinn. Wenn unsere Augen uns täuschen, dann haben wir auch den Sinn verloren, mit dem wir den platonischen Himmel der Ideen wahrnehmen. Und wenn wir uns auf unsere Ohren nicht mehr verlassen können, können wir auch nicht mehr die Stimme des Gewissens vernehmen, die in unseren Herzen spricht. Die Abhängigkeit des modernen Denkens von den tatsächlichen Entdeckungen der Naturwissenschaften zeigt sich naturgemäß am eklatantesten im 17. Jahrhundert. Sie zeigt sich vor allem auch in der Vehemenz, mit der zum Beispiel Hobbes, der sich ausdrücklich auf die kürzlich erfolgten Entdeckungen von Kopernikus und Kepler, Galileo und Cassendi berief, alle frühere Philosophie als barren Unsinn anprangert. Niemand nach ihm hat mit solcher Radikalität die geistig-intellektuellen Fähigkeit des Menschen von aller direkten Welt- und Wahrheitserfassung getrennt. Vernunft ist, nach Hobbes, nichts als die Fähigkeit, mit Folgen zu rechnen, the faculty of reckoning with consequences. So hat auch niemand nach Descartes so großartig die Angst geschildert, die unmittelbar aufsteigt, wenn man sich vergegenwärtigt, dass es Menschen erdgebundene Erfahrungen ihn unweigerlich täuscht, über alle Vorgänge in dem die Erde umschließenden Universum, so dass man schon auf den Gedanken kommen kann, wie Descartes, dass ein böser Geist die Weltregierung und absichtlich alle Wahrheit von einem so offenbar dem Irrtum unterworfenen Wesen wie dem Menschen fernhalte. Dies grundsätzliche Misstrauen äußert sich noch am harmlosesten in dem Sensualismus und Empirizismus der englischen Philosophie der Zeit, in denen die Bedeutungsfülle des sinnlich Gegebenen in Data von Sinneswahrnehmungen aufgelöst wird, woraus eine wahre Nicht-Welt von bezuglosen und sinnlosen Sensationen entsteht, in welche weder Wirklichkeit noch Wahrheit zu dringen vermögen. Denn der Sensualismus ist das gerade Gegenteil einer Rechtfertigung der Sinne und es ist kein Zufall, dass er in der gleichen Zeit entsteht wie der extrem sinnenfeindliche Puritanismus. Es ist schließlich noch das gleiche fundamentale Misstrauen, dass Kants gigantischen Versuch inspirierte, die menschlichen Fähigkeiten so zu untersuchen und zu erhellen, dass die Frage nach dem Ding an sich, das heißt die Frage danach, ob der Mensch Wahrheit in einem absoluten Sinne zu fassen vermöge, außer Betracht gelassen werden könnte. Wären die Folgerungen, welche die Philosophie des 17. Jahrhunderts aus den Entdeckungen der Naturwissenschaften zog, die einzig möglichen, so wäre zwar die fortschreitende Weltentfremdung der modernen Menschen verständlich, aber niemals die ja mindestens ebenso evidente neuzeitliche Beherrschung der Natur und die Entwicklung aller herstellende technischen Fähigkeiten. In der Tat hat erst der Pragmatismus in mehr oder minder vulgärer Weise die Formel in Umlauf gebracht, deren eigentlicher Inhalt den Fortschritt der Naturwissenschaften durch das Experiment von vornherein bestimmte und die auch die ursprüngliche Grundlage für den modernen Geschichtsbegriff bildete. Die Formel, wie sie wissen, lautet, dass der Mensch nur das wissen kann, was er selbst gemacht habe. Mit anderen Worten, wenn der Mensch auch unfähig sein mag, die gegebene Welt zu erkennen, die er ja nicht selbst geschaffen hat, so bleibt ihm doch noch immer die Möglichkeit, das zu erkennen, was nachweisbar das Gebilde seiner Hände ist. Diese pragmatistische Folgerung liegt ebenso nahe wie die unmittelbar subjektivistische. Die eine widerspricht nicht der anderen, vielmehr ergänzen sich beide. Dass sie spezifisch technische Entwicklung der neuzeitlichen Naturwissenschaften aufs Engste mit dieser pragmatischen Haltung zusammenhängt, ist oft betont worden. Höchst bemerkenswert aber ist, dass sie uns zum ersten Mal voll bewusst und artikuliert bei dem Manne entgegentritt, den wir gewohnt sind, als den Ahnherren des modernen Geschichtsbewusstseins anzusehen, nämlich bei Vico. Vicos Abwendung von der Natur und seine Zuwendung zu den Geschichtswissenschaften hat sehr wenig mit ausgesprochen humanistischen Motiven zu tun. Den Grund für seine Abwendung hat er klar ausgesprochen in einem für ihn ganz entscheidenden Satze. Wir beweisen mathematische Dinge, sagt er, weil wir sie machen. Wenn wir die Dinge der Natur beweisen könnten, würden wir sie machen. Geometrica, ich gebe Ihnen den lateinischen Text, weil ich etwas frei übersetzt habe, Geometrica demonstramus quia facimus, sie, Physica, demonstrare possemus faceremus. Vico war der Meinung, dass Geschichte von Menschen gemacht werde in genau dem gleichen Sinne, in dem Natur von Gott geschaffen ist. Geschichtliches kann daher von Menschen gewusst und entkannt werden, ihm kann eine neue Wissenschaft gewidmet werden, während wirkliche Naturerkenntnis Gott vorbehalten bleiben muss, nicht so sehr, weil er allwissend ist, als vielmehr deshalb, weil er als der eigentliche Hersteller, der Schöpfer des Universums anzusehen ist. Man hat oft und mit Recht geltend gemacht, dass die moderne Wissenschaft und die ihr eigentümliche Methodik aufs engste zusammenhängt mit einem neu erwachenden Interesse Interesse für das Wie, im Unterschied zu der traditionellen Wissenschaft, die sich um das Was der Dinge bemühte. Diese Akzentverschiebung des Wissen Wollens muss allerdings in dem Moment eintreten, in dem man annimmt, man könne nur wissen, was man selbst gemacht habe, weil diese Annahme ja impliziert, dass man eine Sache kennt und erkannt hat, sobald man weiß, wie sie entstanden ist. Aus dem gleichen Grunde musste sich das Interesse an den Dingen selbst auf das Interesse an Prozessen verschieben, das bald so vorherrschend in der naturwissenschaftlichen wie der geschichtswissenschaftlichen Forschung werden sollte, dass die Dinge wie zufällige Nebenprodukte von Prozessen erscheinen. Schon für Wico war es selbstverständlich, dass man das Mysterium des geschaffenen Universums verstehen könnte, wenn man den schöpferischen Prozess selbst verstünde, während alle vormodernen Zeitalter es für ebenso selbstverständlich gehalten hatten, dass man sehr wohl die Schöpfung verstehen kann, ohne doch je erfahren zu können, wie Gott sie nun wirklich geschaffen hat. Dies Interesse für Prozesse, das aller modernen Wissenschaft seit dem Beginn der Neuzeit eignet, ist in keiner dieser Wissenschaften selbst, sondern erst in der ihr eigentümlichen Technik voll zum Ausdruck gelangt. Die moderne Technik wiederum, die mit dem Beginn der industriellen Revolution sich vor allem der Arbeits- und Herstellungsprozesse bemächtigte, hat heute damit geendet, Naturprozesse zu entfesseln, die ohne das Eingreifen des Menschen nie zustande kommen würden. Würde Vico heute leben, so brauchte er sich nicht mehr von den Naturwissenschaften ab und den Geschichtswissenschaften zuzuwenden. Denn der modernen Technik, in der wir verschworen mit den Elementen natürliche Prozesse in die Natur und die von Menschen erbaute Welt loslassen, tun wir genau das, was nach Vicos Meinung Gott im Bereich der Natur, aber der Mensch nur im Bereich der Geschichte tun kann. Jeder Mann weiß, dass es so etwas wie moderne Naturwissenschaft nie zuvor gegeben hat. Aber auch was wir seit dem 18. und 19. Jahrhundert und der Geschichte verstehen. Und die Art und Weise unserer Geschichtsschreibung hat es nie vorher gegeben. Denn die Geschichte ist für die Geschichtswissenschaft nicht mehr die Dimension der Vergangenheit, in welcher die Taten und Leiden der Menschen verzeichnet sind. Und unsere Geschichtsschreibung erzählt nicht mehr die zahllosen, vielfältigen Geschichten, von denen das Leben der Menschen auf der Erde bestimmt wurde. Geschichte ist vielmehr zumindest seit Hegel der ungeheure, allumfassende Prozess, in dem alles Einzelne auftaucht und verschwindet und in welchem jegliche Tat und jegliches Ereignis nur dadurch einen Sinn und eine Bedeutung erhält, dass es einen verstehbaren Teil dieses einheitlichen Gesamtprozesses bildet. Dieser Geschichtsprozess unterschied sich von den Naturprozessen der Physiker lediglich dadurch, dass er von Menschen sozusagen gemacht und nur im Medium menschlicher Existenz zustande kommen konnte. Aber gerade dieser Unterschied zwischen Natur und Geschichte, der unser Denken so lange beherrscht hat, ist heute eine Sache der Vergangenheit. So wie wir dachten, Geschichte zu machen, nämlich durch unser Handeln bestimmte Prozesse loszulassen, deren Folgen letztlich unvorhersehbar sind, die aber dennoch den Geschichtsprozess im Ganzen bestimmen, so können wir auch Natur machen. Die Stadium haben wir allerdings erst mit der Atomphysik erreicht, dass gerade darum weit über all das hinausgeht, was die Technik je vermochte. Und zwar nicht nur die Technik vor der industriellen Revolution, die Wind und Wasser benutzte, um menschliche Arbeitskraft zu steigen, sondern auch über die Technik, die sich aus der industriellen Revolution ergab und der seit der Dampfmaschine und dem Verbrennungsmotor die Kräfte der Natur nicht nur genutzt, sondern nachgeahmt und direkt als menschliche Produktionsmittel verwandt wurden. Mit der Technik aber, die sich aus der Atomphysik ergibt, haben wir einerseits begonnen, in die Natur selbst einzugreifen, neue, von der Natur nicht vorhergesehene Prozesse zu erzeugen und wir beginnen andererseits, diese von uns selbst entfesselten Naturgewalten in die von Menschen bewohnte und hergestellte Welt zu leiten, uns auf sie zu verlassen, unsere ganze Existenz auf der Erde von ihnen abhängig zu machen, während es eines der Hauptanliegen aller früheren Zeiten war, sich zwar von den Früchten der Erde zu nähren, aber die ungeheuren elementare Gewalten der Natur von der Menschenwelt abzuhalten und diese vor ihnen zu schützen. Der gemeinsame Nenner des modernen Natur- und Geschichtsbegriffes ist der Prozess und die Grundvorstellung, die von Anfang an beide Wissenhaften durchherrschte, war und ist immer noch ein Denken in Prozessen. Die menschliche Grunderfahrung aber, die dem Begriff des Prozesses zugrunde liegt, ist nicht eine Erfahrung der Natur, sondern eine Erfahrung, die der Mensch mit sich selbst bzw. innerhalb des Bereiches macht, das ausschließlich von Menschen und den zwischen ihnen waltenden Bezügen und Beziehungen konstituiert ist. Von Prozessen wissen wir, weil wir verhandeln können. Oder umgekehrt, ein Prozess, der hat er erst einmal begonnen, weitgehend nach seinen eigenen Gesetzen verläuft und weitgehend der Kontrolle dessen sich entzieht, der ihn begonnen hat, ist das unweigerliche Ergebnis jeder menschlicher Handlung. Dies ist der Sinn der oft gehörten Feststellung, dass das jenige, was einmal getan ist, nicht wieder rückgängig gemacht werden könne, wobei man sich vergegenwärtigen muss, dass diese Erfahrung in schroffenem Gegensatz zu unserer uneingeschränkten Freiheit im Verkehr mit allen Dingen der Welt steht, die ihr Dasein dem Herstellen verdanken, dass wir jederzeit rückgängig machen können, indem wir die hergestellten Dinge zerstören. Wenn die Griechen die eigentümliche Flüchtigkeit des lebendig gesprochenen Wortes und die tragische Vergänglichkeit der lebendig getanen Tat entdeckten und es darum, als sie höchste menschliche Aufgabe empfanden, diesem flüchtigsten und vergänglichsten Bestand und Dauer zu verleihen, durch eine Verwandlung in Hergestelltes, durch Poesis im weitesten Sinne, so hat die Neuzeit umgekehrt gerade die eigentümliche Resistenz und Unzerstörbarkeit aller durch menschliches Handeln entstandenen Prozesse empfunden, nämlich die Tatsache, dass der handelnde Mensch im Unterschied zum dem Herstellenden, dem Homophaber, das Ende dessen, was er begonnen hat, weder Vorhersagen noch das Begonnene wieder zerstören kann. Anders als im Herstellen, wo der Prozess des Herstellens einen klar erkennbaren Anfang und ein ebenso klar sich abzeichnendes Ende hat, er kommt zu Ende in dem Fertigfabrikat, hat der Prozess, der durch das Handeln entsteht, eigentlich überhaupt kein Ende, jedenfalls nicht eines, das der Handelnde vorhersagen und vorausbestimmen könnte. Denn der Handelnde im Unterschied zu dem Herstellenden ist niemals mit dem eigentlichen Ziel seines Handelns wie der Herstellende mit dem herzustellenden Ding, allein und ungestört. Er handelt in eine Menschenwelt hinein, in welche ihm, da sich sein Handeln ja notwendigerweise auf andere Menschen bezieht, alles, was er tut, immer schon aus der Hand geschlagen wird, bevor er sozusagen fertig ist. Das Äußerste, was er tun kann, ist die Dinge in eine gewisse Richtung zwingen, aber auch dessen kann er nie sicher sein, denn jedes neue, von einem anderen Menschen herrührende Handeln endet mit einem Schlage alles, und zwar nicht nur in dem Sinn, dass nun das Getane sich als vergeblich erwiese, sondern so, dass es in dem Gesamtprozess gleichsam an eine andere Stelle zu stehen kommt, also einen anderen Sinn erhalten kann. Die sprichwörtliche Regel, dass Getanes und Geschehenes nicht wieger rückgängig und daher eigentlich nicht wieder gut gemacht werden könne, gilt zwar für die Prozesse, auf die sie sich immer bezog, nämlich für diese uns bekannten geschichtlich-politischen Handlungen zwischen Menschen, aber sie gilt doch nur im begrenzten Sinne. Die Unvorhersehbarkeit menschlichen Handelns ist zwar erst in der Neuzeit und erst durch die Akzentverschiebung von der getanen Tat oder dem Dasein Ding auf den Prozess, der seine Entstehung einleitet und seine Existenz als ein Einzelwesen überdauert, voll ins Bewusstsein gerückt. Ihr Entdecker aber ist nicht die Neuzeit, sondern Jesus von Nazareth, der aus der Erfahrung des, denn sie wissen nicht, was sie tun, die Konsequenz zog, dass nicht nur Gott den Menschen verzeihen müsse, was für uns hier ganz außer Betracht bleiben muss, sondern dass die Menschen einander verzeihen müssen, siebenmal und siebenmal siebzigmal, also eigentlich unerführlich, und zwar durchaus deswegen, weil sie ohne dies verzeihen, sich dauernd in den von ihnen selbst losgelassenen Prozessen, die nun automatisch weiterrollen, verfangen und sich damit selbst durchhandeln, dauernd um die Fähigkeit bringen würden, in Freiheit weiterzuhandeln. Innerhalb des menschlichen Bereichs im engeren Sinne und bitte ganz abgesehen von allen religiösen Implikationen, entspricht der Fähigkeit des Handelns die Fähigkeit des Verzeihens, durch die Gehandeltes wieder rückgängig gemacht werden kann, genauso wie der Fähigkeit, Dinge herzustellen, die Fähigkeit entspricht, sie auch wieder zu zerstören. Die Tatsache, dass dies im politischen Handeln niemals zu irgendwelchen Konsequenzen geführt und dass man die Entdeckung Jesus ihrer religiösen Herkunft wegen politisch nicht sonderlich ernst genommen hat, ihr einziger politischer Ausdruck scheint mir das Privileg der grundlosen Begnadigung von zum Tode Verurteilter, das in den meisten westlichen Staaten dem Staatsoberhaupt zusteht, Dies ist kaum ein Argument gegen die Echtheit der Erfahrung selbst. Sie beweist nur, dass diese Erfahrung privater Natur blieb, nicht ins Politische übersetzt wurde und keine ihr entsprechende Verwirklichung im öffentlichen Raum fand. Der Mensch ist aber ein Handeln des Wesen nicht nur im öffentlich-politischen, sondern bereits in seinem Privatleben, Wiewohl der öffentlich-politische Raum ausdrücklicher und ausschließlicher gerade durch das Handeln konstituiert wird. Wie immer es damit bestellt sein mag, mit wirklich irreversiblen, nicht wieder rückgängig zu machenden Prozessen, die wir doch selbst entfesseln, scheinen wir es erst jetzt zu tun zu bekommen, da wir nicht mehr nur in den geschichtlichen und politischen Raum, sondern in den Bereich der Natur hineinhandeln. Seit die Elemente mit uns verschworen sind, scheint wirklich alles auf Zerstörung hinaus zu laufen. Und hier sehen wir vorläufig noch keinerlei Möglichkeit eines wieder rückgängig Machens. Denn die heutige Technik, vor allem auch die Technik, die im letzten Jahrzehnt aufgrund der Atomphysik planend entworfen wird, ist nicht mehr primär mit der Industrialisierung und Motorisierung von reinen Herstellungsprozessen befasst, in der des Menschenhaltung zur Natur immer noch wesentlich die des Homophaber war, dem die Natur das Material liefert, aus dem er das Gebäude seiner Welt errichtet. Schon heute leben wir in einer Welt, die weit mehr vom menschlichen Eingreifen in die Natur selbst, dem Erzeugen und Lenken von Naturprozessen bestimmt ist, als von dem technisierten Aufbauen und Erhalten dieser Welt als eines relativ beständigen Gebildes. Bis in unsere jüngste Gegenwart hinein, war menschliches Handeln mit seinen von Menschen entfesselten Prozessen immer auf die eigentliche Menschenwelt beschränkt geblieben, während des Menschen praktisch-technischer Umgang mit der Natur darin bestand, ihr das notwendige Material für Herzustellendes zu entnehmen und das von Menschenhand geschaffene Weltgebilde gegen die elementare Gewalt der Naturkräfte zu verteidigen. Seit der Spaltung des Atoms hingegen greifen wir handelnd in die Natur selbst ein und erhöhen damit nicht etwa so sehr unsere Macht über die Natur oder tun ihr mehr Gewalt an als irgendein Geschlecht vor uns, sondern und dies ist das Entscheidende, wir beginnen zum ersten Mal die Natur Prozess direkt in die Menschenwelt hineinzuleiten und die bestimmten und geschützenden Grenzen zwischen Naturgewalt und Menschenwelt, welche alle früheren Zivilisationen eingeschlossen und eingehegt hatten niederzureißen. Die unmittelbar auffälligste Folge dieser in Prozessen denkenden, planenden und herstellenden Technik ist die außerordentliche und immer noch sich steigernde Geschwindigkeit, mit der sich das äußere Bild der Welt verändert. Es ist, als sei die Welt in einen protäischen Verwandlungsprozess, gerissen. In einem von der modernen Technik voll erfassten Lande, wie etwa den Vereinigten Staaten, sind zum Beispiel Straßen und Häuser und Landschaften, also all das, was früher vielen Generationen von Menschen Obdach und Heimat auf der Erde bot und in seiner Dauerhaftigkeit Jahrhunderte hindurch dem Ruin der Zeit standzuhalten, vermochte, so ungeheuerlich veränderlich geworden, dass ihre Lebensdauer oft kaum noch mit der kurzen Spanne eines Menschenlebens zu konkurrieren vermag. Und dies nicht, weil unvorhersehbare Ereignisse ein auf Dauer geplantes zerstörten oder weil man es nicht besser zu machen wüsste, sondern einzig und allein, weil man eine längere Lebensdauer gar nicht beabsichtigt und das Bauen selbst als ein Stadium in einem unendlichen Prozess von Bauen, Verbrauchen, Einreißen und Neubauen versteht. Das Haus soll nicht mehr den Menschen, sondern der Mensch soll das Haus überleben. Die Akzentverschiebung, die am Beginn der Neuzeit einsetzt, von den Dingen selbst auf den Prozess, in welchem sie entstehen und vergehen, hat also schließlich zu einer Technik geführt, welche die Geschwindigkeit dieses Prozesses und damit natürlich auch das Tempo des normalen Produktions- und Konsumtionsprozesses so steigert, dass es ist, als lebten die Menschen kaum noch in einer dinglichen Welt, denn hätten sich in diesem Prozess der Produktion und der Konsumtion selbst angesiedelt. Sieht man einmal ab von den spezifisch katastrophalen Aspekten der modernen Technik, wie sie sich in den Wasserstoff- und Kobaltbomben und der ungeheuren Möglichkeit, einen Prozess der Vernichtung allen organischen Lebens auf der Erde einzuleiten, darbieten? So ist die vielleicht sinnfälligste Veranschaulichung der Veränderung unserer Welt im 20. Jahrhundert die Tatsache, dass menschliches Leben, dass immer das Sinnbild des Flüchtigsten und Vergänglichsten, was es überhaupt gibt, gewesen war, heute dauerhafter und weniger vergänglich zu sein beginnt, als die Stadt und die Straße, das Haus und die Landschaft, in welche es hineingeboren ist. Will man sich den Abstand vergegenwärtigen, der diese moderne Realität von der antiken Welt trennt, durch deren Unvergänglichkeit die Sterblichen, das einzig Vergängliche, was es gab, hindurchging, so mag man sich an einen kurzen Vers von Rilke erinnern, der merkwürdig, antizipierend und verdichtend, wie es die Art von Dichten ist, diesen modernen Tatbestand und seine Umkehrung des Verhältnisses von Mensch und Welt wie in einer Formel zusammenfasst. Die vier Zeilen lauten Bergerun von Sternen überprächtigt, aber auch in ihnen flimmert Zeit, ach, in meinem wilden Herzen nächtigt, obdachlos die Unvergänglichkeit. In unserem Zusammenhang heißt dies, dass die Welt der Dinge, die wir schon als vergängliche herstellen, als Teile eines gigantischen Produktion- und Konsumtionsprozesses, der sie immer schneller entstehen und vergehen lässt, ihrerseits von einer vergänglichen Natur umgeben ist, deren Hinschwinden sich nur in einem langsameren Tempo vollzieht, und dies auch nur, solange als der Mensch diese natürlichen Prozesse des Entstehens und Vergehens von Meeren und Kontinenten und Gebirgen sich selbst überlässt und nicht beschleunigend eingreift. Unvergänglichkeit jedenfalls ist aus der den Menschen umgebenden Welt wie aus der die Welt umgebenden Natur verschwunden. dafür hat sie ein unsicheres Obdach für die Nacht im Dunkel des menschlichen Herzens selbst gefunden, das ja noch immer die Fähigkeit hat, sich zu erinnern und zu sagen für immer. Was also das Vergänglichste war, die Sterblichen, ist die letzte Zuflucht der Unvergänglichkeit geworden. Wir stehen erst am Beginn dieser außerordentlichen Veränderung der Welt und der irdischen Natur und ob das, was wir heute sehen oder zu sehen vermeiden, schließlich wirklich das Entscheidende sein wird, vermögen wir nicht zu sagen. Eines aber scheint mir schon jetzt evident. Die Entwicklung von Naturwissenschaft und Technik ist nur dadurch zustande gekommen, dass der Mensch als ein handelndes Wesen und weder als bloßer Hersteller oder Homophaber noch als bloßer Arbeiter, aber sicherlich auch nicht als rein Betrachtender in den Bereich der Natur gegriffen hat, wie wir bisher dachten, er könne nur in den Bereich der Geschichte, in das nämlich, was zwischen Menschen sich ereignet, greifen. Das auffälligste Symptom dafür, dass wir es hier mit Handeln zu tun haben, ist, dass wieder einmal, wie schon in dem Beginn des 19. Jahrhunderts die Naturwissenschaftler in einer Sprache zu reden beginnen, von der man meinen möchte, sie sei direkt dem Vokabular der Geschichtswissenschaftler entlehnt. Immer häufiger hören wir, dass die Naturprozesse, die wir loszulassen vermögen und die ohne unser Eingreifen nicht zustande kämen, irreversible Prozesse seien und dies nicht nur mit Hinblick auf den möglichen Vernichtungsprozess organischen Lebens durch Atombomben und Radioaktivität, sondern auch mit Hinblick auf scheinbar so harmlose wissenschaftliche Forschungen und Planungen wie die der künftigen Lebensmittelversorgung für eine immer gewaltiger und immer schneller sich vermehrende Erdbevölkerung. Auch da wird als Lösung ein nie wieder rückgängig zu machen der Prozess erwogen, a process of no return, in welchem die gesamten Schätze der Erde dazu benutzt werden, einen Produktionsprozess anzukurbeln, der von da ab unabhängig von weiterer Zuführung von irdisch Vorgefundenem weiter rollen und produzieren könnte. Käme solch ein Prozess aber einmal zum Stillstand aus ganz gleich welchen Gründen, so würde dies, so meinen die Forscher, eine endgültige Katastrophe im Erdmaßstab bedeuten, weil die Rohmaterialien nicht mehr da wären, die den Prozess zum Anlaufen brachten. Für uns ist dies nur ein Beispiel und es interessiert uns im Moment nicht, ob dies Fantasien oder reale Entwicklungsmöglichkeiten sind. Wesentlich ist, dass wir von solchen nicht wieder rückgängig zu machenden Prozessen heute überall umgeben zu sein scheinen, aber eben nicht im historisch-politischen Bereich, wo eine List der Vernunft uns über automatisch abrollende gesellschafts- und politische Prozesse trösten sollte, sondern und vor allem in der Technik und im Bereich der Natur selbst. Erst damit können wir in allem Ernst erfahren, was es mit dem Nicht- wieder rückgängig zu machen auf sich hat, mit der Irreversibilität, die im Bereich des zwischenmenschlichen Handelns, wie wir am Beispiel der Lehre von Jesus von Nazareth anzudeuten versuchten, in dieser Radikalität nie existiert hat. Es ist, als hätten wir unsere eigene Unvorhersehbarkeit, die Tatsache, dass kein Mensch je die Folgen seines Handelns voll übersehen kann, in die Natur selbst getragen und damit das alte Naturgesetz, auf dessen unbedingte Gültigkeit wir uns gerade darum so ausschließlich verlassen wollten, weil wir selbst die unvorhersehbaren und unzuverlässigen Parexcellence sind, in die ganz anders geachteten Gesetze menschlichen Handelns auflöst, die ihrerseits niemals universal gelten und niemals unbedingt zuverlässig sein können. Es ist uns in der heutigen Entwicklung Geschichte und Natur wieder zu jener Entsprechung und in sich gegliederten Einheit zusammengewachsen, die den Bezug dieser beiden Bereiche und ihren Ursprung aus einer gemeinsamen Wurzel immer, wenn auch manchmal von uns unerkannt durchherrscht haben. Dies besagt unter anderem, dass wir in das, was wir noch in einer etwas altertümlichen Begriffssprache das geschichtliche Schicksal der Menschen nennen, die gesamte Natur, ihre aus dem Universum genährte Elementargewalt hineingenommen haben, ohne sie doch wirklich zu beherrschen und vielleicht ohne sie je zuverlässig beherrschen zu können. Dies haben wir getan, weil wir anfingen, in die Natur hineinzuhandeln. Damit rückt in der heutigen Zeit der Mensch als ein primär handelndes Wesen so entscheidend in das Zentrum aller Betrachtung wie noch nie zuvor. Zweifellos ist die Fähigkeit zu handeln die gefährlichste aller menschlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten, und zweifellos ist ja auch, dass die Menschheit noch nie ein solches Risiko eingegangen ist wie in unserer Zeit. Es liegt in der Natur von Erwägungen wie den hier vorgetragenen, dass sie Lösungen nicht bieten können und nicht einmal bieten dürfen, aber sie können vielleicht etwas zu einer Selbstklärung beitragen und vor allem dazu ermutigen, dem Wesen und den Möglichkeiten des Handelns, das sich in seiner Größe und seiner Gefährlichkeit noch nie so offen und unverdeckt gezeigt hat, nachzugehen. Mit anderen Worten, sie möchten eine Besinnung einleiten, deren vielleicht noch in einer großen Ferne liegendes Endresultat eine unserer eigenen Zeit und unseren Erfahrungen gemäße Philosophie der Politik sein würde. Das ist Vielen Dank.